Moin Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, ich führe mal ein neues Format ein. Wir testen das jetzt mal. Ich habe jetzt hier Material vorliegen aus Nauders, wo der Marcel mit dem Ole von den Potridern unterwegs war. Ich habe das Material noch nicht gesichtet und würde das jetzt quasi live mit euch cutten, also auch immer mal wieder einen Kommentar abgeben, wie ich das so finde und empfinde vielleicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr das Format so findet, wenn ihr es euch angesehen habt und dann können wir mal gucken, ob wir die ganze Sache demnächst mal ein bisschen ausbauen. So, jetzt erstmal viel Spaß. Ja, das hat ja mal ordentlich gescheppert, genau mein Ding. Richtig geil. Ich bin nach wie vor immer noch sehr neidisch, dass sie nicht dabei sein konnte. Oh, jetzt Bunkertrail. Da schwärmen doch alle von. Ich bin sehr gespannt. Okay, komm. Let's fit, let's go. Blind rein hier. Alter. Ist ein bisschen befeucht, Alter. Leck mir an die Füße. Ist das feucht. Alter. Alter. Verwollter. Sehr geil, Alter. Sehr geil. Gecased alt. Boah. Boah. Todesanstrengend. Junge, mir macht irritieren, dass es ein bisschen feucht ist. Ja. Das irritiert mich so ein bisschen. Ich überdenke, ich überdenke, ich überdenke. Ja. Wenn du die Griffe ein bisschen höher machen würdest, dann würdest du deine Hände mehr entlasten, weil du dann nämlich mehr so drauflegen könntest. Weil so bist du nämlich schon wieder so, weißt du? Ich habe mir vorhin schon ein Stück höher gemacht, aber noch höher kann ich nicht fahren. Früher bin ich auch so gefahren. Jetzt fahre ich flacher, jetzt fahre ich besser. Weil jetzt habe ich meine Hände, guck mal hier, jetzt drücke ich mich hier so ab. Ja. Und dann schi-schi-schi. Ja. Tool. Bunga-Trail. Schade, bisschen feucht, ey. Ja. Weißt du ein richtiger Downhill? Ruppige Downhill. Ja. S-S-Ha-Frail? So. Komm weiter, Alter. Weiter, weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wahle, wahle... Seucht! Ja, sieht schon echt verdammt geil aus, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut so beim Ansehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man den 2-3 Mal gefahren ist, den kann man richtig richtig ballern. Wie würde Marcel immer sagen, laufen lassen. Ich freue mich schon. Wir sind im Sommer auf jeden Fall da. Wir machen nämlich erst einen kurzen Trip nach Finale bzw. sechs Tage, sechs Nächte. Und dann wollen wir, wenn das Wetter mitspielt, dann auch für drei Tage nach Naudersfahne. Also ich bin gespannt, freundlich. Geiler Trail, man! Mega! Ja! 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 Und Marcel ist echt ein Markenzeichen geworden. Mal lieber! Ja, seid ihr gut runtergeballert für das erste Mal für die Erstefahrung. Respekt Jungs! Soll ich was geht? Oh meine Arme! Baust oder was? nix gewöhnt Atencione Geil, Alter, geil. Very nice. Jabadabulu. Boah, der knallt immer dahint. Wo ist das denn die Scheiße? Der Lohle hat eine Pause, Alter. Ist das geil, Alter. Top, ey. Bei mir knallt es immer hinten, ey. Ja, hör mir an. Da sind immer die Speichen, bling, bling. Zum Glück habe ich ein unzerstörbares Laufwad hinten. Mit lebenslangen Garantie. Hör auf. Also der Typ hat es noch nicht registriert. Ich sehe auch gar keinen Code hier. Ich sehe gar keinen Code. Der ist innen. Guck, schon die erste fette Macke, Alter. Hast du ja? Ah, okay. Junge, sofort geschreddert die Felge, ey. Boah, scheißegal. Finch Trail geht es weiter. Oh, bei mir ist alles orange. Was? Alles orange. Edge Trail. Ach, Edge Trail. Wie komme ich auf Finch Trail, Alter? Edge Trail. So, genau. Finch Trail. Finchgau Trail. Edge Trail. Es ist ein guter Zeitpunkt, mal eben kurz was einzubringen. Also ich bin ein Freund davon, dass immer einer vorfährt. Ich finde, so sehen die Aufnahmen viel dynamischer und interessanter aus für euch. Fängt ja schon gut an mit dir. Und deswegen habt ihr bei uns meistens auch immer einen vor der Kamera tatsächlich. Auch wenn es der Rallye ist. Also der jetzt auch mal ein bisschen langsamer fährt als alle anderen. Ist das egal. Hauptsache einer ist vor der Kamera. Rallye, Spaß. Weiß ja. Also der Blick auf den See ist natürlich schon ziemlich, ziemlich geil. Also das ist auch einer der Gründe, warum ich so gerne im Finale fahre. Weil es da so viele Trails gibt, wo du wirklich einfach aufs Meer zufährst. Und im Sommer ist das einfach geil. Ich liebe das. Junge. Wow. Also ich habe jetzt so eben live das Video mit euch zusammen geschnitten. Und ja, mach jetzt auch einfach mal einen Cut hier. Und hol mir mal ein Feedback von euch ein. Also ich habe hier noch ein bisschen was an Naudos Material liegen von Marcel. Das werde ich demnächst auch nochmal bearbeiten und hochladen. Aber für mich wäre halt mal interessant zu wissen, wie ihr das so findet. Quasi ja, mal so ein Video live zu kommentieren. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ja, sagt auf jeden Fall mal was dazu. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut ins Jahr weiterhin. Und bis bald auf dem Bike. Ciao, ciao. Rechensee. Ist geil. Richtig geil. Richtig geil. BAM.